Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach reiflicher Prüfung sind die polnischen Kollegen und ich der Meinung, dass Mathilde bei ihrem Vater am besten aufgehoben ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr wollt meine Mathilde diesem Typen geben? Das ist das letzte Wort. Noch nicht gesprochen. Damit Herr Berschenkowski das Sorgerecht wieder verliert, muss es eindeutige Beweise für eine Gefährdung des Kindes geben. Beweise. Papa, guck mal, wer da ist. Ja, ich dachte, ich besuche euch mal über Ostern. Verkomme ich so einfach, was zu finden. Habe überall nach einem Palast gesucht. Ich mache ein paar Bilder. Der vermeintliche Vater meiner Eltern hat alles erstupend erlobt. Hier, da haben sie das Kind gegen seinen Willen getauft. Gratuliere, Pano. Oh, wer sind Sie? Der Opa von Mathilde. Erbarmen, die Invasion der Deutschen geht weiter. Wie bitte? Du darfst niemals eine Handtasche auf den Boden stellen, sonst läuft das Geld weg. Katholisch reicht nicht. Was? Auch noch abergläubisch. Liebe schwarze Madonne, bitte lasst Mama in den Himmel kommen. Und auf, ich muss das noch. Sag mal, wie oft soll ich dir noch sagen, dass es den Himmel nicht gibt? Es gibt den Himmel doch. Auch den Osterhasen. Was? Sie können abbeten zweimal Paternoster, drei haben Varia. Wie hoch war es? Bloß Geld. 100 Euro. Polnische Oster. Demnächst im Kino.